Und ja, die sind natürlich in ziemlich großer Menge hier. Wir haben es da gerade schon seit mindestens 20 Mann und das sah wie die Granate aus. Und das Gefährliche jetzt an diesem Teil des Spiels ist halt auch, dass wir, wenn einer unserer Kameraden stirbt, also egal wer, wir sehen da jetzt die Regierung zeiglich, aber die haben auch alle eine. Wenn einer unserer Kameraden stirbt, dann ist das für uns auch ein Game Over. Also die können nicht unendlich viel einstecken, deshalb müssen wir da extrem aufpassen. Und ja, wir haben da gerade auch so einiges erfahren, was Meryls Kameraden angeht. Und ja, halt auch sehr interessant, dass zwei von denen, einer von denen heißt Jonathan und einer Ed. Und der Ed sieht natürlich auch sehr aus wie, sehr nach Ed Brown aus Policenauts aus. Und dass der andere Jonathan heißt, ist natürlich auch kein Zufall. Für alle, die Policenauts gespielt haben oder das kennen. Die Leute sind noch mehr scheiße. So, okay. Bei diesen Frogs oder bei diesen Flotschen ist halt auch gefällig, dass sie sich so am Ränder haften können. Alter, gehen wir mal aus dem Weg, verdammte Angst. Mann, sag mal, macht der das extra? Ja, nicht übel. Gehen wir mal besser weiter. Wir dürfen ihn nicht zu lange rumstehen lassen, wenn da andere zu denen hinkommen. Das kann gut sein, dass die da eine große Menge an Schaden einstecken. Und wir natürlich auch. Ja, nee, das ist nicht gut. Gehen wir mal unsere Schmutzflinte. Von der anderen Seite sollten die erstmal ganz zurückfahren. Da haben wir noch ein paar mehr gerade, oder? Keine Ahnung. Ja, okay, verziehen wir uns hier. Wie gesagt, wir sollten ihn nicht zu lange allein lassen. Das ist, das kann nicht so ein gutes Ende nehmen. Und wir sollten uns mal ein paar Granaten dazuholen. Das halte ich auch für eine ganz gute Idee. So. Ja. Okay, einer hat es erwischt. Oder die eine da. Die andere nicht so sehr. So. Aber dafür eben so. Ja, ist schon cool, wenn man so ein so ein Automatikgewehr hat mit einem Pumpgun-Aufsatz. Das, äh, da ist man für viele Eventualitäten sehr gut gerüstet. Und ja, bei diesen Frogs, da muss man für solche Eventualitäten auch gerüstet sein. Die sind, äh, nicht ohne. Ja, wie schon gesagt, die haben eine sehr hohe Genauigkeit, wenn man denen direkt gegenübersteht. Das sollte man vermeiden. Da schluckt man meist, äh, genauso viel, wie man auch austeilt. Wie zum Beispiel hier. Wie gesagt, gerade zu uns, runter mit dir. Und selber steht sie nur in der Luft, dumm. Na, okay. Wenn sie meint, dann, äh, meint sie es eben so. Ja. Es sind nicht unbedingt immer die hilfreichsten Kameraden. Die tendieren gerne auch dazu, wie wir gerade schon gesehen haben, im Weg zu stehen. Oder auch hier. Jetzt haben wir in einer halbwegs gute Position. Weil sie in den Kopf erwischen können, ohne zu viel Schaden zu nehmen. Ja, er sagt, pick up the pace und steht dann hinter der Ecke einfach nur drumrum, ne? Ja. Großartig. Ja, ähm, eine kleine Sache zu diesen Frogs. Übrigens noch, ihr, wenn wir die töten, ihr seht, ähm, dass die, ja, so ein bisschen zu einer Art Staubsilhouette verfallen. Ähm, das liegt daran, dass, wenn die sterben, wenn ihre, wenn das, äh, die Herzmaschine an die Nanomaschinen kein Lebenszeichen mehr überträgt, dass die so eine Art Phosphorbombe in sich tragen. Ähnlich wie die Technologie, die die Kobras verwenden, oder was heißt Technologie. Ähm, ähnlich, äh, wie das bei den Kobras zum Beispiel der Fall war, wenn die gestorben sind, die sind ja explodiert, weil die eine Mikrobombe in sich getragen haben, weil eben niemand wollte, dass nie, dass deren Leichen untersucht wird, aber, naja, ist eine andere Sache. Ach, scheiße. Ah, okay. Genau das meinte ich. Ja, doch nicht. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ja, da fragt man sich ja nur noch, äh, was das Ganze soll, aber, naja, es ist halt der gute Johnny, der in, äh, vielen Metal-Yetern schon einen Auftritt hatte. Allerdings nicht so einen großen wie in diesem Spiel, wo er mit dem, wo er nicht nur in der Action drin steckt, sondern, äh, und sogar zur Seite steht, aber, naja, gut, müssen wir so hinnehmen, auch, äh, wie gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. In der Zwischenzeit konnten wir unsere gesamte Lebensenergie wieder aufkommen, halt auch mal die Fresse hin. Stehst mit dem Sichtfeld rum, das muss er gerade sagen, da mit seiner Scheiße, die er vor der Metrage weiter oben abgezogen hat. Na ja, egal, wir sehen zu, dass wir von hier verschwinden. Ich lasse die nur halt hier ungern alleine stehen und der hat jetzt einen riesigen Fleckchen auf seiner Hose und ist gerade erschlagen worden und geblendet worden. Den müssen wir mal schnell wieder aufwecken. Ja, habe ich schon erledigt. Ach komm, Meryl. Oh ja, super, Mann. Wie toll, dass seine Arschkante da schön im Weg steht. Genau das, was wir gebraucht haben. Noch mehr? Das sind doch noch mehr, oder? Ja, da sind wir. Was ist denn? Oh shit, nee. Okay, können wir jetzt hier weg? Ich hoffe, die können diese Bombe da entschärfen. Ich vermute mal, das wird unser Ausweg, oder? Oder ist hier noch jemand unterwegs? Sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, von wegen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es aber für diesen Abschnitt, oder? Jo. Exzellent. Ganz ordentlich. Oh Gott. Ja, es ist für den Großen bestimmt immer super, dass man einen Team hat, auf den man rumhacken kann, ne? Da ist man selber nicht gleich dran. Egal. Darum geht's ja jetzt auch nicht. Jetzt geht's ums zu überleben erst mal. Auch wenn die schon einen Heidenjob machen, um uns das schwieriger zu machen, als es eigentlich sein sollte. Oh je. Ja, da hatten die wohl die gleiche Idee wie wir. Zum Glück daneben. Und ja, man kann übrigens auch das ganze Spiel in so einer First-Person-Perspektive spielen. Man kann sich in diesem Spiel auch dabei bewegen werden, was der sehr, sehr in Perspektive zielt. Das nur, einfach nur so nebenbei mal. Es gibt sogar auch First-Person-Only-Runs von diesem Spiel, die extrem schwierig sind. Denn auch wenn es möglich ist, ist es nicht unbedingt gratsam, das zu machen, weil das Spiel nicht unbedingt darauf ganz ausgelegt ist. Aber das ist eine andere Sache. Werden wir nicht machen. Wir werden den nur nutzen, wenn sie uns gut was bringt. So hoffe ich, hoffe ich es mir zumindest. Was uns aber auf jeden Fall jetzt bringt, ist, dass wir diesen Fahrstuhlschacht runterspringen, glaube ich. Oh, 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 oh. Ja, der kriegt einfach keine Pause. Na gut, so, bevor wir hier runterspringen, wollen wir hier noch kurz eben abräumen. Dann dürften wir auch gleich raus aus dem Gebäude sein, oder? Zumindest haben wir es schon mal quasi in die Garage geschafft. Das ist halt immer ein guter Ausweg. Aber nun gut. Oh! Ah! Ah! The nanomachine network inside each unit member's body lets us share each other's senses. They can see what I see. And it helps control pain. Is that part of the system, too? With SOP, my team can literally operate as one. Well, except for a certain someone who's not much of a team player. So, what do you think? Is your age of heroes finally over? Hm. I'm no hero. Never was. Never will be. You haven't changed at all, Snake. But... Your body... Are you gonna be alright? This get-up doubles as a muscle suit. I can still get around. Liquid's camp is up ahead. I'll mark it on your map. Thanks. Akiba! Ah! One man's blunder can compromise the whole team. I'm sorry, Commander. Be careful, Snake. Be careful, Snake. Onacon. I know where Liquid is. Yeah, I'm confirming the location. It's to the north of where you are. Meryl has really changed, isn't she Snake? Sie ist viel mehr selbstbewusst. Hm. Ich wundere, wie viel das mit dem System hat. Die SENSES, die du schon erwähnt hast, durch extremen Training und Erfahrung, können jetzt nicht nur arbeiten für sie. Es scheint, als du unter dem System's kontrollierst, du hast überhaupt nicht Erfahrung. Es ist sogar das VR-Trainage, da war all die Rage ein paar Jahre später. Ja. Die größte Need für PMCs hat leden zu der creation einer mehr Reliösung, Kost-Effektive Supply von Elite Soldaten. Es hat auch gemacht den Schild-Soldier-Phenomenen mehr Problematik als immer. Kann die Nanomachines tun nichts um zu unterhalten Post-Traumatik Stress Disorder? Good question. They might provide a degree of psychological stability. You'd think so? Das Geek-Kid Akiba, he was wirklich startin' to lose it. Technologisch, das System sollte man auch optimise jeden Soldier's personality traits. Und der Big-Guy, he didn't seem to be feeling any pain at all. Augmenting the Soldiers' existing experience and psychological fortitude. But a Soldier's gotta have more than that. The times have changed, Snake. Just like Meryl. Snake, hurry to the PMC-Camp. Based on what Meryl told us, Liquid should be there. Okay. Ja. Hm. Sie scheinen sehr, sehr, sehr große Fortschritte durch dieses, äh, System Sons of the Patriots gemacht zu haben. Okay. Es ist Zeit, um zur Surface zu gehen. Vor allem, da sie dadurch sehr gut als Einheit agieren, wie wir gerade gesehen haben. Vor allem, da sie dadurch sehr gut als Einheit agieren, wie wir gerade gesehen haben... ...Jup, ich weiß. Prö cal take it for a spin Schau für dich selbst, was es tun kann. Nur Vorteile zu bringen. Es ist die Frage, warum dieser Akiwa da so stark aus der Reihe tanzt. Vielleicht ist er so einer der wenigen Ausnahmen, wo dieses System auch keine Wirkung zeigt. Oder eine Gegenteilige. Es ist die Frage, warum ist er in diesem Team denn überhaupt mehr drin? Er scheint ja doch eine sehr hochrangige und gut ausgebildete Spezialeinheit zu sein. Aber naja, vielleicht werden wir das irgendwann noch erfahren. Jetzt erstmal gilt es für uns darum, Liquids Cap zu erreichen und das am besten noch ohne gesehen zu werden. Das muss hier nicht so ganz einfach sein. Das Gute ist auf jeden Fall schon mal, dass dieser Panzer zu den Milizen gehört und uns nicht direkt angreifen wird. Es sei denn, wir bauen jetzt hier richtig scheiße, was wir mal nicht versuchen werden zu tun. Ja, den Panzer können wir so ein bisschen als Deckung nutzen. Sollten wir möglichst auch nicht zulassen, dass der auseinandergepflückt wird. Da warte ich mich noch hier inne. Oh Gott. Da stehen hier so ein paar Soldaten rum von der privaten Militärfirma, die mit Raketenwerfern arbeiten. Da verträgt er nicht ganz so viele von, bis der nutzungsunfähig ist. Wir nehmen mal den Weg über die Leiter hier. Ich hoffe, dass wir hier nicht den Soldaten direkt in die Arme laufen. Zumindest nicht von den PMCs. Aber ich glaube nicht, dass das nicht der Fall ist. Jetzt bin ich doch nur in diesem... Ach, scheiße. Ja, okay. Das wollte ich eigentlich verhindern. Dass hier Soldat, der da oben drin steht, dass der mit seiner Bazooka auf den Panzer schießt. Ja, wir stehen hier genau im falschen Bogen. Ah, okay. Der Panzer läuft noch, wollte ich gerade sagen. Und die Milizen kommen voran. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir könnten eigentlich fast sogar besser unter den Panzer kriechen, ne? Und uns darunter verstecken. Wäre nur dann blöd. Dann gibt so gut wie keiner den Panzer Deckung. Und dann würde der von den ganzen Soldaten, die irgendwo da auf dem Dach sind, auseinandergenommen werden. Ich würde jetzt eigentlich gerne da vorne das Gebäude nutzen. Das Problem ist nur, dass da ständig neue Soldaten spawnen. Oder zumindest eine Zeit lang. Wahrscheinlich sogar, bis wir das Gebiet erobern können. Oder erobert haben. Das ist übrigens auch möglich. Wenn da so ein lauter Aufschrei von den Widerstandskämpfern zu hören ist, so nach dem Motto, we did it, dann haben wir ein Gebiet erobert von den, von den, von der privaten Militärfirma. Und ja, dann laufen in dem Gebiet auch keiner rum. Und ihr seht jetzt auch mittlerweile, der Name von den Militärfirma ist auf blau. Das heißt, die sind uns freundlich gesinnt und tauschen auch Items zum Beispiel mit uns. Okay.